Der Luca und der Rikki Moin Moin Und ich bin ein bisschen angepisst Weil dieses Scheiß Dieses Scheiß-Fortbeit hier, wo hier kommt Das hier Fuckt mich unnormal ab Ich finde hier keine verschissenen Ringe Dieses Fortbeit hier ist arschig zu mir Das hier ist arschig zu mir Und mein Nächster ist da Es ist immer... Die Ringe sind immer noch nicht da Ich hab Screambeweis Ich glaub dir Ich hab nen Screambeweis Ich glaub dir Leute Darum bin ich ein bisschen angepisst Weil dieses verkackte Fortbeit bei mir nicht auftaucht Nö, weil du uns vergessen bist Halt die Schnauze Nö Doch Paul Ich schüttel die Hitze auf Aber er meckert mir seine 2 Minuten Als seine Paul hält dein Maul Er ist nächstes Mal Sie bekommen Wie kreativ Wie kreativ Wie kreativ Wie kreativ Wie kreativ Das ist aber wirklich eine kranke Kombi. Nein, Luca, guck mal, das hier, Luca, das da. Kranke Kombi. Kranke Kombi! Aua! 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 Weil wir kommen nicht. Weil Diggel ist dumm. Wissen, was man hier liebt ist, Kranke Kombi ist. Pumper R. Pumper Diggel ist aber auch ne geiler. Pumper Diggel! Pumper Diggel bin schlecht. Ja, weil mein schlechtes Leben ist. Aua! Und danke für den einen Zuschauer. Aua! Herzlich Willkommen in meinem Stream! Ich schläft doch nicht Luca, ich schwäcke! Nein, bin ich nicht. Ich soll doch alle schreiben! Luca, komm mal her! Pumper Diggel! Pumper Diggel! Pumper Diggel! hier sammelt mal auf ja dann kommst du diese tarnung hier lasst nach das geht weil ich hier vorne hier vorne dass die ist nämlich auch noch ein von dem lama und dann halten Rikki, Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! Stand, Schnauze, Schnauze! Standbild! Papa! Ich hab kein Standbild! Hallo! Hey! Was ist ein Ventilator in Fortnite? Was willst du mit einem Ventilator in Fortnite? Was steht da? Ach so, er meint diese Aufgabe leeren da, das mit den Geiseln. Ach so! Wir auf eine Remix-Plattform, um auf dem Dach, rechts und links, sind so welche Dinger. Luca, da bei Dasti, da bei Dasti, genau da wo ich markiert hab, im See, ist das. Und, äh, dann ist noch eins Lonely. Ah! Oh! Für die Leute im Stream! Sorry, dass ich ein bisschen laut wurde. Oh! Ich kann, man kann ja nicht mehr so machen! Doch! Was? Den Ventilator! Ich hab so... Ich, ich, ich! Wasch, ich, ich! Ich, ich! Das, wo, da wo, da wo die Ding ist, äh, da wo du... Das sind nicht, ich, ich! Da, wo du, ich... Du musst auch nichts benutzen, du musst auch drauf springen! ich komme hast du ein schlama hast du sammeln Ich bin bei dir, ich bin hier, ich bin hier. Digger! Ist jetzt Schattenbombe ein, ein ganzes Schwart ist da. Ein ganzes Schwart. Eine ganze Weile? Was? Der ist zum One-Hit! Der ist zum One-Hit! Scheiße, nein! Guck mal, Flick! Ich hasse es! Ja, das lässt sich! Hauptsache hinter dem steht einer und der Merz schmetzt. Digger, ich habe keine Lust mehr. Edgar! Heilige Edgar! Ich geb dir gleich, heilige Edgar! 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 Heilige Edgar! Heilige Schmetgers! Heilige Schmetgers! Heilige Edgar! Ich bin schon die ganze Zeit auf Stream! Komm, mach, mach! Lass mal Ausrüstungstausch zocken! Komm, lass mal Ausrüstungstausch! Ich hab noch nicht, ich hab noch nie gezockt! Soll ich bitte die Kürze-Demo zu erklären? Nee, ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, wie es funktioniert. Man bekommt eine Waffe und dann... Halt die Klappe! Ich erzähl gerade! Nee! Doch! So! Äh, da kriegt, äh, kriegt man immer eine Waffe dazu. Und, äh, nach, äh, nach 30 Sekunden sind immer gewechselt. Und jeder Kürze doppelt. Soviel ich gew- äh, soviel ich weiß. So! Und du hältst jetzt die Klappe! Halt die Schnuppe! Du hältst jetzt sofort die Klappe! Ach, du kleine Suchuk! soviel, du bist jetzt einfach... Soviel, du weißt, ja. Soviel, du bist jetzt! Das klug mir gleich, aber mir das kann. Usukuk! 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 Neee! Ich esse schau! Das juckt mich. Juckt mich nicht. Juckt mich nicht. Juckt mich nicht. Guck mal, ich war gestern im Schwimmbad. Gestern war ich im Schwimmbad und hab jetzt voll den Sonnenbrand. Ich war gestern im Schwimmbad und hab jetzt voll den Sonnenbrand. Love Pleasant Pleasant Ah ja Ich werde den Gegnern die Ehre entwinden Nein! Nicht leer! Der liegt in dem Tatschern nicht drin. Nein! Ich bin down! I'm respawned! Ich weiß! Oh, komm nicht. Was? Lecker, dicker, dicker, dicker. Der eine hat sechs, sieben. Dicker, tschömer. Der Typ soll mal seine Basis tschönen. Ich hab jetzt gar nicht einen Gegner gesehen. Ich hab zwei Gegner gesehen. Ich bin auch gerade nur im Loot Lake. Bist du im Loot Lake? Ich weiß nicht. Nein. Nein. Der Typ. Der Typ. Der Typ ist schwer. Der Typ ist in Osiris. Das ist einfach. alle das Auer ich bin laut und man hört sich nur zwei Prozent ich bin ja und mehr weil ich hat ihn nämlich gemütet aber auch Ich hab auch nen Busch. Mein Busch wurde weggeschlossen. Jagt, Digga, Jagtgewehr. Das wird ein richtiges No-Score-Battle. Ich werd ihn mal... äh... snipen. Und noch mal noch in die Spitze gehen. WAH! Er gibt mir den No-Score! Nein! Hat er ja nicht gebaut! Pistel! Hilfe! 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 Geht nicht! Hilfe! Hilfe! Ich hab doch noch schlafen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Bitte, bitte! Wir werden nicht in Frieden! Bitte! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich wollte... Ich wurde zugespend ohne Ende! Entfernen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich weiß nicht, wie ich das Ist klar Ich spring raus, bau unter meine Treppe, beziehungsweise wollte und krieg dann, äh, und krieg von einem anderen, von einem, äh, komischen Typen dann nen Headshot Fahr mal Ey, Junge, ich verfolge den Fußbästchen mit einem Digga Die sehen mich, die sehen mich halt nur, die haben mich halt wirklich nicht gesehen Ich hab einen HP Ich hab einen HP Ich hab einen HP, kann mir grad netkiss Diese Ehrenmänner Ich hab einen HP BOOMBOOOOO Ahuah, 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 Ahuah Ah, vielleicht? den die 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 3 3 DREI LEUTE! Das sind jetzt 60 Kills! Sind die dumm? Au! Kills! Den ein Easy weggeflext! Ich habe mich selber mit meinen Sturmdreher gekept. Wacht auf mich! Wacht auf mich! Keine Mist! Ich bin so los! Ich habe mich selber mit meinen Sturmdreher gekept. Daaa! Ich bin so los! Bruder! Amua! Ich habe noch keinen Kill gemacht! Ich habe 11! Digga! Echt? Wacht auf! Wacht auf! Du bist wieder! Wacht auf! Wacht auf! als ob man den kack Busch nicht anziehen kann ich hasse Minigun es klappt er pickaxe durch die Wand er pickaxe durch die Wand durch die Wand ahja mit das kommt sie hin ich weiß nicht, ob das ein dickes Hitze oder insofern es gibt es ja nichts ich habe nur die Kopfhörer da 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 Das war's. Lukas? Lukas hat dir ähm, äh, äh, geschickt, äh, wie meine Hütte das sind. Lukas, kommst du noch deine Runde, äh, zu uns rein? Ich hab meine Entscheidung getroffen, das ist scheiße. Der Ausrichtungstausch? Ja. Ich hab's ja nie gegangen. Es kommt ja bald neuer Modus rein, ne? Ich hab's jetzt fortbeut. Kannst du ihn hören. Ich hab Lukas immer noch gemütet. Und, im Blutie, meine, ähm. Du Müsst es auch kühl, wenn ich mich da bekomme... Bei mir ist es eh nur ganz leise. Bei mir nicht? in den von Lukas in deinem Zimmer und dann können sie zocken nein in meinem Stream hört man, dass ich mich richtig übel doppelt höre sprimmst du immer noch? Ja in den in den in den in den den not de kackringe ist immer noch nie da Ich bin ganz abgelenkt, wenn ich heute gelandet. Ich hab nen Granite Launcher und ne Ding Acker. Ich hab, ja, das ist gut. Ich hab nen, ich hab nen Tag. Was? Ich hab einen Update. Äh, Leon, hast du... Wo kost... äh, bist du drin? Leon, sie haben ja nen epischen geholt, ne? Ist mir scheißegal. Fuck, hab ich nur noch ab. Leon, soll ich mal den Lecher ausrüsten und gucken, ob ich diese Ringe sehe? Leon? Um zu gucken, ob das wirklich ein Bug ist. Was? 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 Was. Hi. Was? Was? Was ist das? Was? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, er hat dich eh gestimmt. Ich gucke jetzt, ich gucke einmal die gleiche Waffe und dann noch nochmal die gleiche Waffe. Ja, ich gucke einmal die 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 Waffe. Untertitelung des ZDF, 2020 Jan, hier Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.